oh gott ist eine schwierige geschichte ich finde es nicht okay aber was will man doch machen also kann ich gar nicht so viel zu sagen ja ich meine frelle games ist ja zum beispiel auch nintendo spieler ist er ist natürlich jemand er hat auf seine videos keine werbung geschaltet und was machst du da noch ist doch so mit den silbernen nähe mit den holz ok ja er ist ja ein leidenschaftlicher kondospieler und was denkst du was wird er dazu sagen dass dann auf einmal seine videos monetarisiert sind wobei es er eigentlich von anfang an nicht wollte glaubt das monetarisieren hat wird er was haben natürlich aber ich denke auch so den nicht groß stören wenn es dann von nintendo von sich aus ist weil er nicht derjenige ist der mit seinem youtube kanal jemals geld verdienen wollte ja das schon aber wenn er der bei der einstellung bleibt ja ist natürlich die frage wenn auf den nintendo 64 sachen beziehungsweise auf den nintendo sachen wenn da eh schon werbung drauf läuft ob man dann nicht die restlichen videos auch monetarisiert weil wenn er er jetzt natürlich eine community hat die sagt hey ich finde es geil dass du da deine videos nicht monetarisiert und es wirklich macht aus spaß gut wenn dann natürlich die leute werbung überhaupt nicht mögen die tun ihn dann natürlich gleich die abonnieren aber wenn er natürlich eine sehr kulante community hat und die dann sagen ja okay wenn da die videos monetarisiert sind kommen du hast die mühe mit deinen videos und machst die da die arbeit und nimmst du die zeit monetarisiert doch die anderen videos auch ist so was in deinen augen dann sinnvoll was deine anderen videos monetarisieren ja wenn die wenn die von nintendo eh schon monetarisiert sind es kommt ganz darauf an du darfst ja sowieso nicht monetarisieren wenn du nicht eine bestimmte anzahl an aufrufen hast du sehr das nächste dann wieso monetarisieren kannst du egal wie viele aufrufe du hast ja okay aber das würde ich nicht machen weil das lohnt sich auch nicht da wird ich lieber ja das würde ich das würde ich dann lassen finde ich dass er dann zu viel des guten irgendwie wieso zu viel des guten wenn jetzt nur die grundsätzlich gegen monetarisierung bist dann finde ich sollte man die gleich ganz rauslassen aus seinem kanal ja gut denn das heißt er dürfte keine nintendo let's place mehr machen wie so nintendo let's place die will er ja trotzdem machen ja aber die werden ja dann monetarisiert von nintendo ja schon ja schon und das war ja das was ich gerade gemeint habe dadurch dass seine nintendo let's place dann monetarisiert sind ist es dann sinnvoll zu sagen ja also dann monetarisiere ich die anderen videos auch ganz allein aus dem grund dass die leute jetzt nicht sagen hier nintendo monetarisierte und die andere nicht obwohl es er gar nicht selber macht oder er monetarisiert alle leuten sagen dass man die nicht monetarisiert sondern dass es das wird er auch bestimmt machen wenn da monetarisierung kommt dass er dann eine ankündigung macht hier nintendo tut jetzt monetarisieren und die anderen denke ich mal wird er hundertprozentig nicht monetarisieren weil er sagt sich lieber was weiß ich 20 prozent an monetarisiert haben durch nintendo aber nicht 100 prozent also stimmt weil so hat er ja auch kein geld ja eben ich weiß nicht recht was ich von der ganzen sache hier halten soll mit der nintendo geschichte ist dieser komisches ding halt ja also und alle ihr geld damit machen ist naja klar aber wenn ich habe ich habe mir gestern den artikel gelesen gehabt dass eben grad ubisoft ea und die ganzen ganzen anderen eben die let's player unterstützen teilweise mit kostenlosen spielen oder dass sie da die lizenzen einfach rausrücken dann für leute die in keinem netzwerk sind ja finde ich wirklich klasse dass die sowas machen da hätte sich nintendo eventuell an den anderen scheibe abschneiden sollen weil ich muss sagen guck dir mal die pc spiele an wie viele pc spiele gibt es auf markt und wie viele nintendo spiele gibt es auf markt ja wenn nintendo da natürlich irgendwo mal nur an die nähe daran kommen will ich meine die pc spiele werden klar von den let's playern gepusht und das nicht gerade wenig und wenn man dann die let's player im endeffekt dazu zwingt da videos zu monetarisieren und die wer da wird sich mit sicherheit der ein oder andere überlegen mache ich dann noch nintendo let's place das wird eine frage soll ja ich meine warum sollte man jemanden unterstützen der im endeffekt nur auf das geld dann aus ist finde ich eine ganz ganz boshafte sache von nintendo muss ich ganz ehrlich sein ja so kann man sich natürlich auch feinde machen aber ich habe man nix können ändern auf gar keinen fall aber ja das sind wieder geteilte meinung weil wenn du dir zum beispiel looks like link anguckst der macht ja nur nintendo sachen ja ist natürlich auch so eine sache wenn jetzt jemand in keinem netzwerk drin ist ich meine was macht er dann wenn er nur nintendo let's place hat und hat sich gefreut ja vielleicht verdiente fünf euro im monat und durch seine let's place dann eben und dann kommt nintendo und sagt ja also mein freund das geld kriegst du nicht das kriegen wir ja so kann man halt den leuten irgendwo den spaß am spiel nehmen finde ich das stimmt ja ja da müssen wir gucken was da noch passiert im laufe der zeit das auf jeden fall ja und ihr merkt schon der kelturio ist bei mir gar nicht so gespräche ich werde ich muss ja bald schon was trinken vor lauter labern hier ja das ist immer so deswegen baue ich auch nicht ganz so gern bzw habe das showplay aus diesem grund eingeführt weil wenn ich was überlege was schön aussehen soll und baue dann dann habe ich kaum noch irgendwie einen kopf frei um viel zu reden okay es ist zum das fällt mir zum beispiel bei need for speed und solchen spielen viel viel einfacher und viel anders weil da spielst du einfach ohne groß zu überlegen und ganz dann los labern aber das finde ich bei minecraft immer schwer wenn du da richtig konzentriert und was schönes bauen willst dass dann noch stimmt natürlich ja ich meine ich kann dir ja natürlich auch nicht besonders großartig helfen weil der gute hier seinen eigenen stil hat ja ja jetzt gibt mir meine kusche ein bisschen wir haben uns gestern coca-cola cherry gekauft als eine cola cherry halt ja in der pub nehmen was maul zusammen aber die schmeckt gut ist die einzigste cola die ich vertrag ja von cola kriege ich sonst immer so brennen und jedes ist jetzt die aus dem lieder das ist nicht die original coca cola freeway halt genau und die vertrag ich ziemlich gut ja Lidl an die macht hohohoho ich hab mal ein paar schluck genommen schon bin ich wieder übersättigt mit dem zeug irgendwie ja das ist halt weil das so pappes süß ist deshalb ich trinke am liebsten das wasser mit der kohlensäure ja weil alles andere auf viele kannst du da wirklich nicht trinken ich habe jetzt die flasche hier schon seit gestern und habt ihr noch habt ihr jetzt gerade mal zur hälfte leer ja ja hier ist ein skelly drin hau ab der ist hier beim spiel piraten unterwegs die skellys unverschämte leute ja auf jeden fall die zombies hermann hier ewig rum wo ist denn der jetzt schon wieder jetzt weiß ich nicht weiter ich weiß nicht wie ich das noch einrichten soll soll ich dir helfen ideen kannst du schon bringen wo macht man überhaupt sein bett rein keine ahnung wird sagen hier in dem kleinen raum ist das bett und so okay genau an der wand ja so hätte ich auch gesagt dann machen wir das mal einmal so um diesen großen raum genau kümmer durch die großen und die kleinen paar vorschläge bringen ja auf jeden fall also ein paar vorschläge ist gut gesagt na das heißt mehrere ja was denkst denn du ja auch zum wie halt die klappe menschen was willst du von mir zieh leine hier du aufdringlicher kerl mann so ein freak hier ja das sind die zombies ja auf jeden fall